Die Augustin Group mit Sitz in Handewitt nahe der deutsch-dänischen Grenze hat sich auf Ersatzteile für Fahrzeuge der Fiat-Gruppe spezialisiert. Hier werden mehr als 40.000 verschiedene Original- und Ident-Ersatzteile gelagert, die europaweit versendet werden. Der E-Commerce-Boom und die Expansion von Fiat brachten die Logistik hier an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Vor diesem Hintergrund entschied sich Augustin 2017 für die Einführung eines Warehouse-Execution-Systems. Die Entscheidung fiel auf CETES Medea. CETES war der einzige Anbieter an Mark, der auf unsere Anforderungen flexibel reagieren konnte und auch nicht abgeschreckt wurde durch unser Profil. Das Projekt selbst ist sehr kurz oder sehr schnell über die Bühne gegangen. Wir haben innerhalb von fünf Monaten auf eine sehr angenehme Art und Weise mit CETES zusammen das Projekt umsetzen können. Im Wareneingang muss zunächst einer der Lieferanten-Barcodes auf dem Lieferschein oder der Paletten eingescannt werden, damit CETES Medea die eingelesenen Daten an das Warenwirtschaftssystem übermitteln kann. Dort wird der Barcode einer vorliegenden Bestellung zugeordnet und an CETES Medea zurückgespielt. Durch Medea sind wir bis zu dreimal effektiver im Wareneingang, können dadurch schneller die Ware verkaufsfertig dem Kunden anbieten und wir sind viel flexibler im Umgang mit den Produkten und können sie einfacher verkaufen. Auch das Überführen der Artikel vom Wareneingang zum Lagerplatz wird durch CETES Medea unterstützt. Nach dem Scannen des Artikel-Barcodes schlägt die Software einen Lagerort vor, den der Mitarbeiter in der Regel annimmt und durch das Scannen des Barcodes am Regalplatz bestätigt. Auch die Kommissionierer werden von CETES Medea zielgenau und wegeoptimiert durch den PIK-Prozess geführt. Es wird differenziert, ob im nächsten Schritt nur ein einzelner Auftrag oder mehrere Aufträge parallel bearbeitet werden sollen. Und durch die klar strukturierten und lückenlos dokumentierten Arbeitsschritte ist die Fehlerquote beim Kommissionieren jetzt verschwindend gering. Fazit? Mit CETES Medea hat die Augustin Group sämtliche Prozesse zwischen Wareneingang und Ausgang digitalisiert und dabei wesentlich produktiver, transparenter und sicherer gemacht. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!